Angenommen, Sie sollen alle Umsätze des Verkäufers Hofer in Brasilien, Deutschland und Frankreich für das erste Quartal 2006 ermitteln. So geht's. Zunächst setzen Sie die Autofilter für Verkäufer und Land, wie in den vorangehenden Lernfilmen gezeigt. Sie interessieren sich für das erste Quartal. Neben den eben gezeigten Auswahllisten mit den Häkchen liefert Excel noch eine beeindruckende Auswahl an Datumsfiltern, mit deren Hilfe Sie gewaltige Datenmengen in wenigen Sekunden auswerten können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017